Herzlich Willkommen zu Everspace Falls ihr das vorherige Video schon gesehen habt, dann müsst ihr sich immer noch mit dieser Führung zu kämpfen haben Weil eben der rechte, nein der linke Stick ist eben nicht lustig Also man darf ihn eigentlich gar nicht so brauchen Das ist ein neutraler Flieger Ich habe genügend Ressourcen gesammelt um etwas zu bauen zu können Gehen ins Ausrüstungsmenü Wählen dort neu bauen und auch der Upgrade noch eine Liste mit wollen Ausrüstung reparieren, Daten Baupläne erweitern Was ist da nicht los? Egal, wenn wir mal die Tiere davor alle die gehen Es scheint, als wären wir auf eine Outlaw Basis gestossen Plünderer und Banditen aller Art durchkämmen die entmilitarisierte Zone und die Flieger sind in der Flieger sind Und benutzen diese versteckten Strukturen für ihre Operationen Ich empfehle ihnen, dass wir uns nur äußerst vorsichtig nähern Vielleicht ist es das Risiko ja wert Hier wäre die sehr schön Aber das war nicht notwendig Ja, vergie Matthäus ich fange nur an locaron share Ich æ 64asa Das war's für heute. Ich würde sagen, dass man jede Menge Sachen hat. Aber alles hat sich sehr vertreut in. Das ist nicht so neuer Farben freigeschaltet. Schon mal etwas. Halbmetall. Und das ist drin. Neutraler Flieger. Gelb heisst einfach, er ist noch nicht definiert. Ich könnte aber auch zu einem Bösen werden. Oder wie? Dann lassen wir sie alles noch ein bisschen anschauen. Nein. Also das Game selber ist ja... PS4-Version. Ich zeig es zwar auf PS5-Tone. Aber es gäbe es sicher auch auf PS4-Version, die keine PS5 hätten. Aber ich meine das Game, ja... Ich spiele jetzt eben erst zum zweiten Mal jetzt. Und... Ich muss sagen, eigentlich wäre es schon noch cool, aber... Individuell legt mich schon etwas dämlich an. Nein. Und auch noch Plasma-Streifstoff. Plasma vollständig eingesammelt. Okay, gut. Was haben wir da vor? Ah, noch Credits. Credits sind wichtig he. Das ist eh... Ich würde sagen, die Kohle, die... Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. So, jetzt schauen wir mal, dass wir mal... ...ehm... ...dann uns durchspringen zwischen den einzelnen Welten. Dass wir zu unserem eigentlichen Hauptziel machen müssen. Dass ich eigentlich ja schon... ...vor einige Videos habe wollen... ...peilen. Genau. Jetzt müssen wir trotzdem noch eins weiter. Und dann nochmal eins weiter, dass wir endlich mal... ...dass wir jetzt in den Fronten tun. Die Gebiete sind immer sehr geil gemacht. Das muss man schon da... ...seht wirklich geil aus da. Citronen... Südherz... Was sind das für Bergbauanlagen? Grady & Brand Prospects. Dieser gigantische Konzern ist der einzige zugelassene Betrieb... ...in der entmilitarisierten Zone. Seine Monopolstellung hat ihn unkontrolliert wachsen lassen. Du wirst noch öfter auf seine Sprungtore und Sammeldrohnen stoßen. Und dann... Interessant. Aber wenn ich jetzt hier vordere ballere... ...dann habe ich sicher Probleme mit der Firma. Mache ich sicher nur Stunktennen... ...zu dann einsammelärzt. Ich weiss gar nicht, ob die überhaupt das... ...so cool finden, wenn ich da einfach... ...sammeldrohnen... 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 Ich bin da jetzt einfach nur so streng frech... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Treibstoff könnte ich sich noch etwas hinterlassen, dass ich so klein gemacht habe. Ich mag gar nicht richtig, was ich einsammeln muss, oder überhaupt. Ich kann einsammeln. Achso, jetzt gehen wir mal wieder weiter. Denk mal vom Ding her, das wird schon passen. Und los geht's. So, jetzt sind wir endlich mal dort, wo wir eigentlich im vorherigen Video schon haben wollen. Sprungtor in den nächsten Sektor springen. Du hast das letzte Gebiet in diesem Sektor erreicht zu liegen, durch den Sprungtor um den nächsten Sektor zu gelangen. Für diesen Sprung wird kein Treibstoff benötigt. Ah, interessant. Händler. Okay, danke für die Einführung. Und das soll ich jetzt benutzen? Es ist unser einziger Weg, in den nächsten Sektor zu gelangen. Also, ja. Ja, aber da haben wir einen Händler. Das nimmt mir jetzt schon noch Wunderempfang, ob ich da was handeln kann. Okay, das ist ein Schildsprecher. Okay, das ist ein Schildsprecher. Okay, das ist ein Schildbooster. Leichte Raketen. Leichte Raketen. Das kannst du mir sonst noch über diesen Teil der Galaxie sagen. Cluster 34, auch bekannt als die Beta Grades. Ein Sternhofen, der etwa 1000 Lichtjahre vom Solsystem entfernt ist. Kartografiert im 24. Die Kolonisten kamen jedoch erst im 30. Jahrhundert. Die Grenzlinien zwischen der Kolonie und den hier lebenden Ocker sind immer noch umstritten. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dann springen wir doch durch das geile Tor, he. Verbindung mit Sprung-Tor. Sprung bestätigte. Und los geht's. Wumm. Kommen wir mal in den nächsten Sektor. Seltsame Erinnerungsfetzen. Versuche sie zu verstehen. Ich bin irgendwie entkommen. Ich war schwach und krank. Meine Zellen lösten sich auf. Ein tödliches Gift. Ein Zytotoxin. Das mich aufras, langsam, gnadenlos. Es gab einen Weg, es aufzuhalten, aber das würde dauern. Ich konnte die Dinge nur in Gang setzen. Und das Ergebnis in Stasis abwarten. Ein langer, ungewisser Schlaf. Ich habe mich wieder selbst gesehen, wie ich sterbe. Das muss eine Erinnerung deines Originals sein. Anscheinend ein Fehler im Übertragungsprotokoll. Das Aeterna-System sollte solche persönlichen Erinnerungen herausfiltern. Moment, was soll das heißen? Mein Original. Ich bin ein... Ein Klon, ja. Eigentlich sollten Kopien zum begrenzten Einsatz das nicht erkennen. Aeterna sollte nur operative Fähigkeiten, wie das Steuern von Raumschiffen weitergeben. Aber hier ist wohl etwas schiefgelaufen. Halt! Schiefgelaufen? So viel bekomme ich nicht auf einmal in meinen Kopf. Warum passiert das? Wer bin ich? Wer ist mein Original? Dazu habe ich keine Informationen. Vielleicht hat diese Anomalie einen Zweck, der sich offenbart, wenn wir die angegebenen Koordinaten erreichen. Ich habe leider keine Antworten, bin jedoch ebenso neugierig wie du. Hier blitzt es überall. Ich weiss nicht, was denn das ist. Ich weiss auch nichts zu meinsammeln. Ich muss einfach anwarten, da unten zeigst du mir etwas an. Jetzt wird doch etwas angezeigt, so die Runden. Hier machen wir auch ein Risiko. Blitze im Weltall? Wie ist das möglich? Magnetfelder erzeugen Reibung. Eine Anomalie. Aber visuell sehr beeindruckend. Halt! Und auch schädlich, wie immer gesagt. Wir haben Grady und Brunt es eigentlich geschafft, den einzigen Vertrag für die entmilitarisierte Zone zu bekommen. Dank ihrer guten Sprung-Tor-Infrastruktur waren sie die Ersten vor Ort. Was ihr Monopol angeht, war die Endebeziehung mit der kolonialen Flotte sicher ein entscheidender Faktor. Oh, ich bin ein Transporter. Okay. Was ist das? Pool-Splacer. Das ist eine ehemalige Koloniestation, die nach dem Krieg mit den Ocker als Wrack aufgegeben wurde. Finde ich da drin irgendwas interessantes? Glücklicherweise. Meine Scanner weisen jedoch darauf hin, dass einige Systeme noch online sind, darunter auch die Sicherheitssysteme. Ich hab's gewusst. Es gibt eben nichts geschenkt. Hey. Ich kann doch das sichere Ding recyceln. So nehmen wir es. Neuer so. X. Was ist das denn? Oh, Credits. 300 Credits. Das ist halt schon schneller reiswert. Oh, shit. So, dann müssen wir wieder russchütteln. So. Okay, Erze und so. Ja. Ich würde sagen, gehen wir mal ins nächste Gebiet. Oder? Ja, das ist... Das ist glaube ich am besten. Viele können wir jetzt da auch nicht gerade machen. Boah. Mittlere Wege, austere Wege. Hm. Nein, nein. Wir werden damit durchkommen. Wir haben nicht genug Treibstoff für den nächsten Sprung an Bord. Oh. Dann finde ich mal besser welchen. Was heißt das, dass wir jetzt da müssen? Hm. Und das ist so ein... Es geht der Ding. Ja. Für eine entmilitarisierte Zone ist hier aber ziemlich viel los. Die entmilitarisierte Zone ist eine Grenze zwischen der Kolonie und den Ocker, die nach dem Krieg gezogen wurde. Der Puffer soll gelten, bis ein echter Friede geschlossen wird. Weil die Ocker den früheren Anspruch auf das Gebiet hatten, erhielten sie die Autorität in der Zone. Der Vertrag legt fest, dass die koloniale Flotte nicht anwesend sein darf, auch wenn hier koloniale Abbauinteressen verfolgt werden. Und dann sind da natürlich noch die Outlaws. Natürlich. Hm. Frachter... äh... Frachterfrock. Ich glaube, vielleicht wird... ...Geschichtsgwinde. Mal gucken. Uh. Das ist so geil. Oder was? Ist das so geil, oder was? Also denn... Ja, ich kann mit Treibstoff nachholen, Servicestation, ja. Angebot öffnen. Ich kann mit Treibstoff ausbreiten. Wenn ich das nicht so sehr gut bin, habe ich mich noch nicht in der Nähe des Schnauble. Ich habe mich noch nicht in der Nähe des Schnauble. Ich habe mich noch nicht in der Nähe des Schnauble. Zelt und verbucht. Zelt und verbucht. Oh, fein Teherden, ja. Ja, ich verpiss mich gar lieber gerade füllen. Und ich bin nicht im Dreck gestochen. Doch, es hat jetzt gut gelangt. Irgendwie. Ich darf die Ressourcen nicht aborten oder versuche sie zu finden bevor es zu spät ist. Okay. Also. Reparieren. Ich bin jetzt ein Nanobots oder wie soll ich das füllen? Oh, kleine. Hm. Mein Treibstofftank ist fast leer. Oh. 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 Oh, Mann, ey. Ja, was ist das? Das war schon klar. Extrahierbares Erd. Let's go. Mirals for winding up about. Some didn't go on or not? Who is the red? Ich habe einen Blitz innen, das ist immer geil, das bedeutet wahrscheinlich dass wir ihn erst gerade kassieren Komm, wo ist der Wolf? Okay Streu Kanonen pro Sekunde wenn wir Ausdruck und den anderen recyceln ganz ehrlich haben Die Euro-Waffen haben geschehen das ist wichtig hier zu finden welche Waffen sie besser haben So, jetzt mal die Nahrung, da kann ich doch sicher irgendwo Nein, ich will reparieren Mir fehlt so ein Nanobot, das wir jetzt einfach gesehen haben Wo kommt man denn bei Nanobots weg? Was ist das hier? Die Küche hier Was wir hier noch einsammeln können Was ist das hier? 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 Ich habe das hier. Wenn ich mich jetzt die Einfluss aufspann, was ich mir nicht schlafen. Die Bremse haben noch eins. Die Bremse hat immer wieder den Bremsen aufgeschlossen. Das hier ist doch egal, Okay. Das ist doch immer wieder da, für wie du gehst. Nein, das hast du geil gemacht. Ich gründe aber nur Herzen bis dahin raus. Schauen wir mal, hoffentlich lange sitzen. Hindernisse versperrt den Weg hier. Nicht genug Treibstoff. Nicht genug Treibstoff. Ich bin 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 nicht genug Treibstoff. Nein, nein nein. Ich bin nicht genug Treibstoff. Ich bin nicht genug Treibstoff. Er ist nur weggeballert. Wie nix, ey. Ist alles so schlecht, ey. Ich ziehe doch das Süd an. So schlecht wird das von mir. Ich muss die Kredite ziehen. Prozessoren, ok. Ich muss die Kredite reparieren. Ich kriege etwas in die Hand. Ich muss die Kredite reparieren. Ich muss die Kredite reparieren. Und das reparieren. Ich muss die Kredite reparieren. Ich muss die Kredite reparieren. Du entscheidest. Aber wenn du erkennst, wann man sich zurückziehen sollte, kommen wir vielleicht früher an unseren Zielen an. Achtung! Feinde! Warum verspürt es nur noch? Nein! Wie sehe ich noch? Da bin ich noch gar nicht in der Fall. Ja, jetzt kommen wir wieder drüben. Ich werde keinen Weg nehmen. Komm! Warum sehe ich bei diesem Schiff einen Totenkopf? Wir haben es in diesem Schiff als starker Gegner, Markie. Er ist schwerer zu besinnen. Das wollen wir doch mal sehen. Hey, ich bin die Waffe nicht. Das kann nicht. Was? Wirklich gar nicht. Das ist so klasse. Also egal wie ich das jetzt eingestellt habe, aber das ist wirklich schlecht von mir. Nein, nein. Oh, das Game ist einfach zu brutal. Jetzt kommen wir hier noch die Farbe aus. Hier die Ausrüstung. Ja, ich bin Music in der Kastnerstadt. Jetzt nehmen wir noch die Farbe aus. Ich bin der Schiff. In der Kastnerstadt soll sie alles erwartet. Aha, man tänker aus. Ich bin der Kastnerstadt... ... und bei der Kastnerstadt. Aber hey, nein, was soll ich da noch kosten? Ich kann wenigstens Credits machen und ich kann da noch ein wenig mal aufrestehen. Was ist das? Kreditausbeutel? Er hat die Menge an erbeutelten Credits. Ja, das nehmen wir sicher mal. Schossen auf ein unversehrter Sprungroboter-Systeme. Repro tut besser. Nano-Effizienz auf jeden Fall auch. Tool-Slot. Das ist sicher auch noch mal Upgrade, das Energie-Ding. Sogar zweimal würde ich sagen. Okay, für den Sprung-Ding bringen es nicht mehr, aber die Höchstgeschwindigkeit auch noch mal erhöhen. Die Höchstgeschwindigkeit könnte man dann auch noch erhöhen. Aber ja. Interessant gewesen. Ich würde sagen, danke für das Pudelgen und bis zum nächsten Mal. In every space of every space, you know. In every space of every space, you know. ...